Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play CSGO. Ich habe mir mal ein paar Leute eingeladen, ich muss mir erst mal eine Waffe kaufen und wir spielen da auf Office und so und Ranglistenspiel und dabei sind der Appel wieder, der Smokewerfer, Lord M4, auch der Hacker genannt und Freddy, die Frau. Was für eine Kategorie. Freddy, die Frau. Oh, sorry. Oh, sorry. Danke, danke, ist okay. Das ist ein Terror, äh, Anti. Eigentlich hätte ich das ja eher von Freddy erwartet, dass ich angeschossen werde. Freddy, du bist froh. Ja, der Rauch hat sich so, da kommen welche hinten durch den Gang. Uh, Appel, da macht sich einer nach, da ist Bad K. Hinten durch den Gang, äh, ja. Ich weiß nicht, ob das heißt. Ich habe das noch nie so gespielt. Ist egal, ich weiß auch nicht, wie das heißt, deswegen, das ändert er nichts dann. Also hinten der Gang ist hinten bei den Geiseln der Gang. Die haben einen Kill gemacht und den habe ich gekriegt. Warum leckt das auf jeden Fall mein Spiel, Alter? Nehme ich eigentlich auf? Mal gucken. Oh, ich finde das so scheiße, dass die Fraps-Zahl-Taste die Screenshot-Taste ist. Jetzt habe ich fünf Screenshots gemacht, ne? Naja, passt jetzt. Ich kaufe mir noch meine Diegel. Ich erwarte nichts Gutes von dieser Runde. Also ich mache jetzt einen richtig geilen Rush. Auf Office ist es mal ein bisschen was anderes. Auf Office rettet man Geiseln so als Hinweis und bla. Oder verteidigt sie. Oder verteidigt sie, ja. Und ich finde aber das neue Geisel-Prinzip nicht so cool. Das ältere war cooler, fand ich. Dass man die so rumtragen muss? Und dass man ein Geisel-Rescue-Set gibt. Ich habe ihn gesetzt. Oh, oh, ich habe ihn. Nein, Aua. Nein. Oh, shit. Irgendwie ohnehin. Noch zwei Stück. Ach so, das sind gar nicht. Ach doch. Die kommen hinten. Einer kommt hinten. Und alle haben verkackt. Alter, der hat doch einen Heck. Ey, ich habe zu viel gekillt, Mann. Jetzt, ey. Ich habe nie verkackt, Mann. Guck dir deine Stats an und guck dir meine Stats an. Guck deine Stats, Mann. Hast du einen Fehler? Ja, bei dir fehlt das CTD. Ey, ich bin hinter dir. Was hast du denn proben? Alter, der hat eine Waffe. Hinter dir. Alter. Voll mit der... Ey, 6-0-0, ey. Das kann ja seiner Oma erzählen. Aber die Mira das ja nie hackern hat, ey. Also haben die auch einen Hacker im Team. Das ist ganz schön böse. Aber nicht nur den In-Hacker mit der AK, sondern noch den anderen. Aber unser Hacker geht noch nie so ab. Das ist auch irgendwie cool. Eigentlich müsste man als Terror doch fast jeder Runde holen, oder? Keine Ahnung. Ist das nicht so? Nee, CT ist besser auch. Hier ist, glaube ich, CT besser. Es ist immer unterschiedlich. Aber eigentlich muss man ja wirklich nur verteidigen. Also Office ist recht ausgeglichen, finde ich. Oh shit, ich muss... Bin blind. Ich muss, ich bin blind. Da kommt einer unten. Schau, dass man die Kameras nicht benutzen kann. Das ist viel. Ich glaube, du bist tot. Du bist tot. Ja, danke, danke. Guck nochmal genau nach, ob ich es wirklich bin. Ich camp mal eine Runde. Guck nochmal. Ja, guck nochmal, ob ich wirklich drücke. Ja, eindeutig. Du siehst mich doch gar nicht. Guck dir gerade zu, du Spinner. Oh, 18 Treffer. Ich habe auf Tab gedrückt und da sehe ich das, was du klugst. Ich ziehe jetzt über das Regal und warte, was an der kommt. Warum hast du dir eigentlich nichts gekauft? Weil ich noch gesparen wollte. Oh mein Gott. Fast getroffen, also. Der hat sich bestimmt schon erschreckt. Wie, das geht nicht mehr kaputt? Scheiße, ne? Habt ihr eigentlich mal Height & Seek auf der Map gespielt? Äh, nee. Das ist richtig schön. Height & Seek war, also auf Office ist richtig cool. Height & Seek war mal lustig. Da wusste man immer gleich, wo... Verwandelt man sich dann hier auch so ein Items? Man verwandelt sich in Gegenstand und lässt die Teambesuchung, ja. Wir haben das dann immer im Haus gespielt. Das Problem war dann nur, wenn du im Busch warst. Oder eine Tonne. Konntest dann sehr schlecht verstecken. Am schönsten war einfach, wenn du so eine kleine Maus warst. Und dann hast du dich auf ein weißes Bild gestellt, was auf dem Brunnen lag. Du hast ihn einfach nicht gesehen. Also Whispering war immer cool. Da kommt einer durch. Komm, das ist einfach mal richtig hard campen und... Hardcore Camping, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, man muss überhaupt nicht rausgehen. Ja, ich hab ihn gesehen. Camp. Guck jetzt mal Freddy zu. Ich guck mal, wie sie das macht. Hinten Gang, hinten Gang, hinten Gang. Das haben wir jetzt sogar schwarz auf weiß in der Aufnahme. Nein, das ist bunt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich fühl mich so verloren. Hinten Gang, hinten Gang. Können es ja mal Hardcore kommentieren. Und jetzt läuft sie, sie läuft, sie läuft. Und dann wird sie angeschossen und ist tot. Ey, man kann die Leute nur abschließen. Wie ist das so tot? Hinter dir, Dinas. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh shit. Genau der da. Trottel. Ich weiß, ihr wollt nur mit Neue, na. Shit, ey. Kann ich den nicht auch noch einfach treffen? Dem vierten hätte sie auch noch töten können, ja. Ganz schön dünne von dir. Ich war so nervös. Das ist ja Aufnahmefakt, oder? Bei mir zieht diese Ausrede bei dir nicht. Ich war aber wirklich nervös. Ich hasse das, wenn ich der Letzte bin. Dann hängt immer alles an dir, ne? Das ist meine Acker. Also campen wir jetzt mal gut, ja? Ja, eigentlich müssen wir überhaupt nicht rausgehen. Okay, Hardcore Camping. Einfach jeden Ausgang gucken. Ja, aber ich würd gern noch durchgehen. Danke. Achso, sorry. Habe ich gar nicht gesehen. Kein Problem. So, jetzt aber. Oh, camper, camper. Oh, camper, camper. Nichts passiert. Du wirst bestimmt deinen Ragen wieder verlieren. Aber nie nach eben spülen direkt. Also ich finde wir campen gut. Irgendwie kommt ja keiner. Komm schon. Hättest du das immer nie gesagt. Gleich sterben, zweil. Oh, okay. Was war das gerade? Ich dachte, er kommt noch nicht. Dass ich noch die R.A. schmeißen kann. Aber ich konnte... Oh, shit. Zwei kommen auf hinten. War das dünne. War das dünne. Merkt ihr das nicht? Ich habe den Typen gesehen, der mich gedötet hat. Ne, ich meine ihn. Er dreht sich nicht mal um, wenn er einen Typen befindet. Boah, sind wir dünne. Das läuft, ne? Jawohl. Mein Spiel hat sich gerade aufgehampt. Ich bin rausgeflogen. Ich gucke jetzt mal in Shotgun. Oh nein, warum, alter? Wissen wir. Kasse. Wollen wir ihn töten? Oh, er bewegt sich. Sei da, Apple. Ich bin nicht da. Stimmt, du bist ein Bot. Irwin. Bot Frasier will ausdrücken sich zu Bot Irwin. Jetzt kommen natürlich zwei, wenn ich da rüberklettere. Oh Mann. Sonst gibt es doch gar nicht. Bot Frasier startet das Spiel. Ja, bloß gut, der startet, alter. So, jetzt muss ich bloß noch ins Spiel reinkommen. So, campen wir erneut. Kommt hier auch jemand durch den ganzen Rauch durch, mal? Traut sich wahrscheinlich keiner. Oh, da war einer. Ach Mann. So eine Scheiße. Warum kriegen wir eigentlich gerade jetzt die starken Gegner? Ich weiß es nicht. Fluch der Aufnahme. Wir verlieren gleich wieder den Rang. Aufnahmefluch. Nee, du. Ich glaube nach eben im Spiel kannst du den Rang nie verlieren. Geht das nicht? Ja, ganz schön, bitte. Aber mein Spiel startet auch wie jetzt. Jetzt ist der Botler wieder drin. Drei Minuten hast du noch. Ah, ich kann gar nicht. Wie gut ist das denn? Ah, jetzt. Oh, das war doch. Also, Freddy, wenn ich jetzt sterbe, bist du auch tot, weil ich hinter dir stehe. Also, wenn ich tot bin, kommt er noch von hinten. Aua! Okay, ich tolle. Du hast aber gar nicht zu. Jetzt, jetzt, ich habe es nachgeholt. Ich habe es toll gemacht. Also, damit hätte ich nicht gerechnet, dass er mich nicht sieht. Ja, ja, ja. Ich habe mich auf dich verlassen, ja? Tut mir leid. Aber wenn ich auf Robin verlässt, bist du verlassen. Einfach, äh, ja, du hast mich maßlos enttäuscht. Aber ich bin gleich danach gestorben. Keine Angst, der Bot ist wieder drin. Unfassbar. Kann ich ihn trotzdem nicht übernehmen, Mann. Freddy hat ja immer noch keinen Kill, ey. Spielst du eigentlich immer noch auf deinem 4 zu 3 Bildschirm? Ich brauche keinen Kill. Was spiele ich für mein... Spielst du auch noch auf deinem 4 zu 3 Monitor? Was für ein 4 zu 3 Monitor? Na, auf deinem TFT Monitor. Den, den ich immer habe. Also hast du dir inzwischen noch gerne im PC zugelegt? Nö. Aber ich bin... Ich kriege bald den. Ich habe mir einen neuen Gezip. Dann geht es richtig ab. Dann kann ich alle Spiele ordentlich spielen. Da brauche ich keine Angst. Die müssen aber immer noch andere retten, oder? Ne, eh nur noch. Nein, müssen sie nicht. Oh mein Gott, wirklich? Da ist eine MVP, da ist eine MVP. Hol sie dir, 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 hol sie dir. Ich habe die Ecke. Will fake? Oh, okay. Hast du sie weggebrochen? Ne, ich habe sie. Okay, wenn du sie nicht willst, gib her. Ja, ich ja. Wow. Klappst du mir irgendwas? Chickenpull. Dann kaufe ich mir irgendwas. Schon gut. Okay. So. Ähm. Warum habe ich eine B90? Das war jetzt merkwürdig. Ich fand es lustig. Alter, der hängt doch wirklich, der hat 5-0, Mann. Äh, 15-0. Retti, wenn du tot bist, dann bist du tot. Ja, auf dich verlasse ich mich auch nicht nochmal. Oh Mann, no. Wow. Yeah, ich habe einen Kill. Und noch einen. Und? Oh nein, nicht noch einen. Ah, ich probier's einfach. Ah, nein. Aber wir haben zwei Kills geholt. Wie viele Geyseln müssen sie retten? Eine. Eine. Ah, okay. Es gibt doch nur noch zwei. Ist schon eine weg, oder? Ne, das wird dir gezeigt. Da kriegst du dann so einen. Du hast du links, du hast du links dort die zwei People, die dort unter dem Bild stehen. Und wenn... Wo ist denn der letzte? Ist das der, der gestorben ist? Ne, ne? Ich bin aber lebendig. Uh, D3R, P, A, T, 3. Das ist der Hacker. Ähm, Apple? Hm. Der hat 17-0, stimmt, das ist der Hacker. Du könntest dir meine AWP holen, da war der Typ auch erst. Du musst dann einfach... Du gehst jetzt gerade aus, dann links, dann rechts und dann bist du schon da. Warte mal, ich will auch meine P90 save. Achso. Weil meine P90 ist viel besser als so eine AWP, Alter. Ja, aber ich kann ja eine P90 dann kaufen. Hast du gerade gesehen, ich habe irgendwann zwei Kiepskippen gekriegt. Uh, 20 Sekunden hat er noch. Das habe ich nicht gesehen. Gut, gesehen hast du es nicht, aber du hast es vielleicht gelesen. Sag mal so. Central South Office Park. Was ist denn das für eine Kacke? Central South Office Park. Uh, 8 Sekunden hat er nur noch. Da kommt Apple. Da kommt Apple. Da kommt Apple, ich habe es dir doch gesagt. Da kommt Apple. Ich dachte irgendwie, der kommt, der kommt. Pauline, du kriegst den Stern, du Gepisser, Alter. Krieg ich die AWP wieder? Ach nee, brauchst du nicht. Nee, ich kaufe eine P90, Mann. Ich will die AWP nicht haben. Achso, ich muss erst kaufen. Äh. Hier. Das ist sicher mein anderes die P90, ne? Ey, wir haben die erste Runde geholt, Alter. Das ist jetzt, wenn wir jede Runde gewinnen. Ey, Freddy hat den ersten Punkt bekommen, da geht es los, ja. Hast du einen Assist bekommen? Ach stimmt. Ich habe die Kill, den ich geholt habe. Alter, kommt dann. Ey, wo hast du denn die P90 hingeschmissen? Geiler Kringelzone. Ey, lass doch mal mit dem Telefon. Alter, wo hast du denn die P90 hingeschmissen? Hinter dich. Oh, warum wirfst du mir die nicht zu? Ich läuft hier gerade los ohne Waffe. Wo ist meine P90, hä? Freddy, sag mal Bescheid, wenn du tot bist. Ich meine, ich sehe es zwar auch, aber... Danke. Ja, dann weißt du, dass da einer kommt, weißt du? Achso. Aua! Ich lebe noch. Freddy, jetzt lauf nicht in meinen Schuss, dann bist du nämlich tot. Danke. Wenn er da rumkommt. Nur so. Alter, der Hacker legt los, ey. Alter. Nee, ich bin mal dran. Alter. Also ich muss sagen, eine Runde, in der Freddy nicht stirbt, ist auch viel falsch. Yay! Was ändern, Mama? Hallo, was war das? Aua! Verdammt, das hat nicht geklappt. Ey, der hackt doch wirklich. Das ist Mobbing, was ihr macht. Holt der erst mal alle Fünfe, Alter. Holt der erst mal alle Fünfe. Ja, kann man ja mal machen. Sie haben sich fairerweise aber auch schön aufgestellt. Ich muss den Hacker-Status verteidigen. Das ist schön, Freddy, wenn du mal da langsdest, dann bist du noch mal bei den Gegner kommen. Ja! Mach ich gut, ne? Schade ist nur, dass du gerade überlebt hast. Ich glaube nicht mal dafür, mal bitte. Immer wieder denselben Fehler zu machen. Naja, ist nicht so, dann kann ich immerhin die Assist geben, wenn ich sie dann töte. Du lebst noch, ha? Also kommt da keiner. Na, noch kommt da keiner. Aber die verarschen mich auch gern. Die wissen ja immer schon, was ich verarschen würde. Au, au! Oh, Freddy ist tot. Ah, der ist schon wieder verbläst. Der Bot ist... Wie schlecht. Wenn die jetzt ne Flash werfen, bin ich ganz schön am Arsch. Ach, da sitzt du? Jojo, ich sitze um die Ecke. Oh, nein! Daneben. So ein Penner. Da kommt gleich einer. Guckt da jemand hin? Ja, Maniac. Oh! Da kommt gerade zu weh hin, dann. Ah, der hat gerade zu weh geholt, oder? Botka war langer Gang, oder? Der ist zu weh. Warum du? Warum nicht ich? Warum du? Wie schneller war. Warum nicht ich? So, jetzt komm ich wie ein Autosnapper der Ender, weil das Spiel mal. Vielleicht noch, dass es sich... Aber geht doch gerade bergauf, Alter. Wir haben schon mal drei Runden in Folge jetzt. Der Hacker ist jetzt warm. Und der andere Hacker ist... ...kalt. Naja, njajaja. Der Warpitz war ja nicht so. Ich setze mich einfach in die Pflanze rein, da sieht mich keiner. Ich hoffe es einfach. Das glaubst du aber auch. Na du. Ja, aber lass mich glauben. So, wirklich gefährlich. Oh, da ist Inner. Da ist Inner. Tatsächlich. Er hat mich gesehen. Oh. Verdammt, Ulle. Da. Da rechts ist er. Oh. Oh mein Gott. Was toll. Mann. Ich hab ihr natürlich 80 Schaden mit einem Schuss gedrückt. Mitnommen. Da kommen gleich zwei Gegner. Achtung. Yeah. Drei Gegner. Zwei Lager. Too long. Too long. Zwei sind Lagerweg hinter dir. Becker. Zinu ist links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Ich weiß schon, dass sie da sind, aber ich will nicht. Jetzt nochmal links abbiegen. Ich hab nur 30. Oh, da kommt. Oh nein. Oh nein. So, jetzt bist du das Maniac reißen. Jetzt sind nur noch zwei. Ich weiß ja, dass man nur eine Geisel klauen macht. Naja. Eigentlich. Oh, und den hat... Jetzt ist es nur noch einer. Der letzte war Lager. Der letzte war Lager. Last was long. Die Geisel hat er noch nicht, oder? Ne, das wird angezeigt, wenn die Geisel hat. Das... Und es auch noch. Dann ändert die Musik sich auch. Die Musik wird sie auch ändern, Alter. Das ist krass, Alter. Und dann resettet die Zeit auf eine Minute. Letztes Mal hab ich nicht gemerkt, dass ich die Musik... Jetzt, hast du es gesehen? Ah, ich hab die Musik, glaub ich, aus. Gesehen hab ich sie. Das war jetzt bitter. Oh, lauf. Komm schon. Der kann nicht mehr schießen, oder? Doch. Der ist nur langsamer. Ja! Nice! Ey, braucht ihr eine Waffe oder so? Letzte Runde, oder? Ne. Ist es nicht? Wir haben da... Oh, okay. Vier Runden vor uns. Gut, sonst hätte ich mir jetzt... Ja. Sonst hätte ich mir jetzt einen Neger gekauft, aber so. Wer haut nicht Smoke, Alter? Ich hab drei, zwei, 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 zwei. Ich spiele gerne mit Feuer, Alter. Ich mach hier übelst die Stimmung, Alter. Nein. Hat er schon Schaden? Mit der Pistole. Oh, ne. Ich hab drei, zwei, zwei, zwei. Ich hab drei, zwei, zwei. Ich hab drei, zwei, zwei, zwei. Ich hab drei, zwei, zwei. Ich hab drei, zwei, zwei. Ich hab drei, zwei, zwei, zwei. Wow. Hör auf damit. Nö. Ich hätte jetzt doch ab in Zukunft gesollen. Verdammt. Jetzt Freddy, du hast eine Chance. Nimm das MG verlieben. Nimm das MG verlieben. Das ist nicht das MG. Das ist ja alles. Ah ne, ist okay. Ist okay. Nein, das ist doch... Da ist ein Neger. Oh mein Gott. Den Neger. Nimm einen Autosniper. Nimm einen Autosniper. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nicht ihn. Nimm die Segge. Nimm die Neger. Links, 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 links. Hinter die, hinter die, hinter die. Freddy, zurück, zurück, zurück. Nein, die Waffe war teuer. Rechts, rechts, rechts. Du sollst die Waffe mitnehmen. Oh, Mann. Robin, soll ich den Autosniper hoch? Nö, nächste Runde. Nächste Runde. Oh, Mann. Möchtest du eine haben? Ich hab mir jetzt schon was gekauft. Aber danke. Freddy kennt sich sehr gut in dem Spiel aus. Ja, aber wir sind in diesem Spiel total gut aufgehoben. Das war so schön. Waffe weggeworfen, P90 aufgehoben. Waffe weggeworfen, P90 aufgehoben. Waffe weggeworfen, P90 aufgehoben. Hey, dreimal. Dreimal hast du eine P90 aufgehoben. Da liegt bloß eine andere Waffe, die nie so aussieht wie eine P90 aufgehoben. Das war so cool, P90 aufgehoben. Ich hab jetzt genug gelacht. Ich hab jetzt genug gelacht. Jawoll! Ich hab ihn. Nein! Er hat mich. Ich finde, das hat einen hohen Unterhaltungswert. Auf jeden Fall. Jetzt will ich was sehen. Jetzt hab ich schon wieder die Fall schon zugeguckt. Oh, Beine. Heißt du jetzt mal mir zugeguckt, war mit meiner Leger? Ich würde jetzt gerne eine... Freddy, ruf dir mal was, du hast genug. Freddy, kannst du mir eine Negerf kaufen? Das ist die teuerste Waffe im Spiel. Findest du unter Gewehre? Ne, nicht unter Schwer. Die ist bei Schwer und dann die geöffnet. Unter nicht fünf. Ach, die dann. Wo ist die hin? Die musst du jetzt dem Robin... Du musst jetzt Enter drücken. Da. Dankeschön. Wo ist sie hier? Fang! Das ist aber eine komische Gesichtsmaske. So. Dankeschön. Willst du dich jetzt auch noch beschweren? Weitab dich! Ich hab sie weggeworfen. So. Damit kann ich doch nicht um. Hast du dir auch eine gekauft? Hm. Ah! Freddy hat nen Kill! Freddy hat nen Kill! Und... Es ist halt... In einer Runde, Alter! Alter, ihr... Weihnachten und Brusten ist zusammengefallen. Ja. Wenn sie jetzt noch eine... Dafür, dass ich vorhin dreimal ne P90 aufgehoben hab, war das doch jetzt echt gut. Hast du eigentlich den Hacker getötet oder den Hacker? Den anderen. Bestimmt beiden. Ne. Keine Ahnung. So, laufen wir mal Amok. Das war ich. Ich wüs. Oh, shit. Oh, das war knapp. So, hast du am Amok laufen? Eine HP. Eine HP. Ich will mal Amok laufen. Copy. Yeah, Amok laufen! Ich hab meinen Stern, Alter. Ich hab meinen Stern. Das ist der Stern, der deinen Namen trägt. Ey, Freddy, brauchst du irgendeine... Willst du mal ne Minder gefahren oder ne Autosniper? Ne, ich kauf die selbst jetzt. Ne, warte mal. Jetzt ist spät. Granaten ist eine gute Idee. Oh. Okay. Ey, du hast eine richtig gute Kill-Death-Rate, die ist richtig... Boah. Du hast mich erschreckt. Warum hab ich mir eigentlich ne Rauchgranate gekocht? Hab ihn! Gute Taktik, durch die Sinten. Die wollen dich töten und ich... Ich hab ihn nicht! Nein! Die kommen alle über den langen Gang. Das ist ganz schön laut hier. Geil, die haben sich alleine getötet, die Trottel. Woop, ey, maybe... Ey, komm, mach doch noch einmal bei mich lustig. Ich guck mal, dass er das scheiß kapriziert. Aber der darf das, der hat schon 8 Kills. Ach so. Ich auch. Oh, ich hab auch 8 Kills, Mensch. Dann darfst du sowas auch noch mal machen. Ja. Ne, ich hab dich ja erst gerade geflasht. Das ist fast irgendwas zählt dazu. Ja, zwei Mal sogar. Hä, mit einer Flash? Ne, du hast doch zwei geworfen. Ne, ich hatte nur eine. Die andere Flash war nicht bei mir. Okay. Einer ist nur am Langgang. Aber die andere wüsse ich nie. Einer war hier vorne. Ja, bleibe dort vorne. Der eine ist jetzt rechts von dir. Könnt ihr zu der anderen Geisel gehen? Ja, der holt die sogar. Hörst du gerade. Hast grad das komische Geräusch gehört. Oh, sind beide da. Oh, schau. Das war ganz schön... Aber wir haben ganz schön gut aufgeholt. Nacht 7 zu 0. Das stimmt allerdings. Nacht 7 zu 0. Nacht 7 zu 0. 8 zu 7. Bloß na... Das ist schon... Können wir da reißen? Das ist cool. Der Hacker hat sich den Hack ausgemacht, der Hacker. Ich mache das hier. Ich mache das hier. Askeg棒. Also, ich mache das hier. Ich mache das hier.